so hallo und willkommen zu einem neuen video dem video möchte halt mal gucken wie ist denn eigentlich meine relevanz aktuell auf dem youtube anhand von der zuschauerzahler hier ein programm drauf von tubebuddy das hier da zeigt es mir letztendlich die die aufrufzahler einmal meine abos die handy auf privat gestellt weil keine ahnung die abo zahlt die sagt meiner meinung nach tatsächlich sehr wenig aus jetzt möchte ich einfach mal vergleiche anhand von der aufrufe sie haben jetzt letzte zeit auch ein bisschen steigerung hat war vorher so bei 6 700 aufrufe am tag und dann hier war ausreise kett mit über 3000 aufrufe und jetzt hat sich das so eingebendelt bei sei mal circa 1000 aufrufe pro tag und und alle meine youtube videos also wie relevant sind meine videos auf dem youtube und jetzt kann ich mal auf offen auf eine andere youtube kanal jetzt kann man versuchen gerade mal ein raus war bisher relevant durch dann folge zum beispiel dann folge hat relativ viele aufrufe und vergleich das mal so sieht man natürlich jetzt dass dann folge viel mehr video aufrufe hat als wie dann kann man auch sagen die 42.000 abonnenten sind meiner meinung nach tatsächlich real da gibt es dann aber auch natürlich andere kanäle mal ihr versuch jetzt das nicht bis ins detail zu analysieren hier sind jetzt auf jeden fall ein paar kanäle wo die menschen zum beispiel weniger aufrufe als wie wie dampffolge wir haben jetzt bloß keine möglichkeit dass sie dann folge mit steamschatz mal vergleichen können jetzt bestimmt aber das ist ja nicht sinn und zweck von meinem video sondern mein video erfüllt jetzt oder soll den zweck erfüller das jetzt einfach mal gucken können wie relevant ist denn überhaupt mein kanal aktuell und da fangen jetzt einfach mal in der liste von ober her an und dann gucken wir mal die ganze dampfer kanäle an kann natürlich auch nicht dampfer kanal wird zum beispiel mal felix war felix doch felix von der laden kann ich mir mal vergleiche der hat natürlich im schnitt über 100.000 aufrufe in der spitze bis zu 400.000 fast 500.000 aufrufe da ist natürlich die aufrufzahl bei mir so verschwindend gering dass das nur noch als als strich angezeigt wird so fangen wir einfach mal von ober an wie sie es wird der macht ja auch dann für videos also da haben die definitiv mehr aufrufe den kanal der sagt man jetzt gar nichts dann ja auch mehr aufrufe die alten dampfer das stand live stream format wo er selber auto bei bin dann ja auch mehr aufrufe der raphin dann ja auch mehr aufrufe web night talk das ist ein live stream format das ist jetzt nur einmal in der woche sieht man da sind immer so peaks drin immer wenn die stream mit in der paar aufrufe mehr markus krämer da war der der live stream bei ihm auf dem kanal da hat er da jetzt etwas mehr aufrufe denn die ane smoke wolke würde ich sagen so im schnitt ungefähr ungefähr gleich auf also sie hat jetzt letzte 30 tage 32.000 aufrufe gett ihren 37 auf 37.000 aufrufe gett aber die ane hat viel mehr abonente wie die hat übers doppelte an abonnenten als wie trotzdem habe ich ähnlich viele video aufrufe jetzt muss ich was gucken dass sie auch die dampfer kanäle hier raus wind der dampfer kanal und leistet im format auch einmal in der woche am freitag ihr könntet das eigentlich auch so bis die als als kanal empfehlung sehr vielleicht kennen wir den ein oder anderen kanal dann haben wir jetzt noch mal steams shots hamfries dampft oder hamfries dampft der ist nur ein relativ junger kanal und stefan sein kanal kann ich euch auf jeden fall mal einen fehler da rein zum schauer der ist von der aufrufzahlen auch noch ja relativ schwach macht aber meiner meinung nach echt gute videos wenn man auf jeden fall mal anschauen wenn der dicke mann aus dem norden das ist der tjock hat auch im vergleich relativ wenig aufrufe hat jetzt aber zwei gute videos raus braucht einmal einmal im sc mark und dann taifung x und offenbar gute videos sollte doch echt mal anschauen dann am flott tv der zimmer der hat im schnitt auch mehr oder weniger aufrufe als wie der hat jetzt 30 30 tage 17.000 aufrufe gett die haben sie hat aber dennoch mehr abonnenten aber themm bringt auch nur ein video pro woche raus also dahin zwar die einzelnen videos dann etwas mehr aufrufe bringt aber halt relativ wenig content dann an die dann fidelity ja und relativ junge kanal sage jetzt einmal und auch wesentlich wesentlich weniger aufrufe wie dann dampf folge das haben wir uns ja gerade schon mal angeschaut dampf folge ist natürlich ganz ganz weit vorne mit dabei also ich glaube das ist fast der kanal in deutschland mit der meiste video aufrufe aktuell meli und fogie das ist kein dampfer kanal den händen jetzt neu gemacht sind die mit dem wohnwagen unterwegs denn mr witzig hat aktuell auch noch mehr abonnenten wie hat aber weniger aufrufe denn sannie jens torsten vocht das ist jetzt auch ein dampfer kanal hat auch sehr viele sehr viele abonnenten im vergleich jetzt aber zu meinem kanal auch relativ wenig aufrufe in der spitze 1400 pro tag was sie eigentlich schon fast im schnitt hat und stand jetzt im schnitt hier so zwei im schnitt 200 aufrufe gett ich weiß jetzt nicht woran es hier liegt weil content kommt ein monat ein monat fünf tage fünf tage aber ich glaube die hinterher in der zwischendurch drinnen pause gett dr web ak cooling agent hat relativ viele aufrufe hat inzwischen auch 15.000 abonnenten bringt aber meiner meinung nach etwas kontroversen content aktuell dampf wolle nicht dampfwolke sondern dampf wolle jetzt auch ein älterer kanal war jetzt eine zeit lang sehr inaktiv macht jetzt aber wieder vermehrt videos und sehr ausführlich also zwischen kanal den kann ich definitiv meins ans herz leger hat auch relativ wenig aufrufe im vergleich zu mir hat jetzt aber hier gerade von der waporesso gen s und waporesso gen nano zwei echt meiner meinung nach richtig gute videos gemacht wo dann halt auch bisher ausgemessen hat wie wie schnell dass man den akku laden können wie der belastbar ist wie lang wie lang der die leistung ausgeben kann also kann ich euch auf jeden fall einen fehler mal angucken ein drück oberhaus obis dampfers sofa da passiert jetzt halt leider hier auf dem youtube kanal nicht mehr allzu viel wenn er irgendwas interessantes hat was in dem stream auf twitch war dann lädt er das dann nachher auch hier hoch und das halt dass das einfach in der konserve gespeichert bleibt hat für das dass er aber kein content macht immer noch im schnitt 500 video aufrufe pro tag finde jetzt eigentlich recht schlecht also reise in die vergangenheit ist auf jeden fall mal wird beim obi vorbei zum schauer nebelfee und auch weniger video aufrufe als wir jetzt aber glaube auch die letzte zeit nichts neues kommen dann fünf nie was der rene hat auch relativ wenig aufrufe dann fand ich ja das ist jetzt kein dumpfer content master big all heißt auch rene hat auch mehr abonente wie ich aber so im schnitt die aufrufzahlen sind mir zwei relativ ähnlich ich habe jetzt 37.000 aufrufe gehabt die letzten 30 tagen und er eigener 30.000 und aktuell liege über ihm anfang anfang monat hat er noch mehr aufrufe kett wie dann einfach toni toni vapes der hat natürlich echt viele aufrufe mit 38.000 aufrufe hier zeitlang aktuell 5.000 bis 10.000 aufrufe definitiv mehr wie das die blaue linie hier unten eigentlich auch bloß noch ein strich denn simon web scene investigation der hat minus aufrufe ok was ist da passiert es sieht so aus wie wenn der simon irgendwie ein paar relevante videos gelöscht hätte lassen die aufrufzahlen lassen das ins minus gerechnet hat keine ahnung aber so man sieht in der spitze 4000 in seinem schnitt hat er ja 2300 aufrufe er ist jetzt halt auch mehr auf twitch unterwegs er hat jetzt mehr aufrufe wie der ist so zwischen 5000 zwischen 3000 und 5000 video aufrufe pro tag bringt jetzt auch wieder regelmäßig content vor einem tag vor drei tage vier tage vor einer woche vor einer woche also kommt jetzt auch wieder öfters was dann raucht zu dampf der stefan der macht jetzt youtube eigentlich seit einem jahr hat angefangen das zum protokollierer bis tag 365 hat er aber nicht jeden tag protokolliert man sieht jetzt hier sind fünf tage dazwischen hier sind vier tage dazwischen hier sind sechs tage sieben tage sogar dazwischen hat also immer wieder mal ein video gemacht und hat ein update geber wie eben das umsteiger wie es halt funktioniert hat welche probleme dass er kettet hat aber standkündigt dass er jetzt weniger videos macht oder die richtung ein bisschen ender will mehr blogs und das halt auch ja aktuell relativ wenig video aufrufe so dann gibt's gottse frank macht auch dumpfer content hat auch relativ wenig aufrufe hat auch wenig abonnenten dann vipo frank er hat ja ein relativ großer kanal cat den hat er gelöscht hat jetzt wieder mit einem neuer kanal angefangen aktuell bei 3200 abonnenten und hat eigentlich auch konstant 500 600 aufrufe und so in der spitze hat er dann knappe 2000 aufrufe kommt aktuell auch wieder regelmäßig content oder dampf druide 1940 abonnenten aufrufe zahler sind aber mit 100 bis 300 relativ gering und könnte mehr sei also guckt mal beim dampf druide vorbei d4 dampfer die vier dampfer oder wie auch immer und dann verheißer stets ein relativ neuer kanal aufrufe sind hier nicht so viel da ist ein streaming format alle zwei woche am sonntag alle 14 tage sonntag auf youtube und twitch dann haben wir noch der dampfer line fire und zwischen 1500 abonnenten ist aber mit der aufruf zahl auch noch relativ relativ weit unter mit in der spitze glaubt 200 aufrufe knapp über 200 aufrufe pro tag können wir da auch mal vorbeigucken dann gibt es nur dampf er hat jetzt auch relativ lange pause gemacht hat auch über 4000 abonnenten aufrufe zahl das sind hier natürlich jetzt inzwischen einen keller gegangen will wissen halt einfach aktueller und viel kommt vor zwei woche vor zwei woche vor zwei monate also vor zwei monate hat er gesagt dass es weiter garten das sind jetzt seitdem zwei videos kommen und das sind glaubt beides twitch ausschnitte also da ist jetzt auch twitch unterwegs dämpfer ohne dampfe ein kanal mit 27.800 abonnenten hat jetzt aber aufrufzahler auch weniger als wie mein kanal aktuell der ist zurzeit auch relativ inaktiv hat sechs monate lang eigentlich keine video mehr hochgeladen und jetzt vor paar tage mal wieder eins hat ein lebenszeichen von sich gäbe und hatte ich ja mehr oder weniger ankündigt dass dass er nicht mehr so viel dampf content bringt nur noch sporadisch man gibt es den kanal dampferzimmer 440 abonnenten aufrufzahler zeigt mir hier null an er hat aber erst vor fünf tage ein video hochgeladen und hat 300 aufrufe vor einer woche 400 aufrufe keine ahnung warum es mir hier den kanal gehalten zeigt und ich glaube ein neuer kanal muss gehalten wenn er den eröffnet hat auch mal interessant vorbei zum schauen denn auch 4l das ist der ehemalige kanal von und dampfer girl die hand sicher getrennt und er hat dann den kanal übernommen hat mehr aufrufe wie hat 42.000 aufrufe jan ja 37.000 aufrufe die letzte 30 tage gett aber wenn man so die kurve ansieht sieht es eigentlich ja fast ziemlich ähnlich aus also das wären halt ein zehntel von der abonnenten so dann gibt es noch den kanal von bapartus von marcus auch ein sehr interessanter kanal der geht mehr so in die politische richtung und erklärt die gesetzes lage oder versucht zum erklärer hat eigentlich auch relativ wenig aufrufe oder jetzt mal 229 aufrufe am tag hätten sonst hat er im schnitt mal 10 20 aufrufe pro tag da solltet ihr unbedingt auch mal vorbeischauen und vor allem studienteilnehmer haben wir gesucht das video das ist eine ganz klare video empfehlung das solltet ihr unbedingt mal angucken dampfplauderer tv das ist der kanal von von wolfgang und von christian sind ja auch mitglied bei der viperfriends wenn man jetzt da die video aufrufe anschaut die haben inzwischen von der video aufrufe auch ganz klar überholt aber die bringt auch nicht so so viel content und die haben auch nicht die upload liste irgendwie gleich auf der startseite muss man jetzt in den videos reingucken ankündigung dann vor drei tage haben sie ein video rausgebracht von der software odin und vor einer woche 10 video braucht also so wie es aussieht ein video pro woche ja ich finde das ist eigentlich fast zu wenig aber aber dafür haben die jetzt natürlich auch aufrufzahlen technisch definitiv überholt dämpfer siegel der kanal selber sagt mir jetzt eigentlich auch nichts der hat jetzt vor vier tage mal ein video hochgeladen ja hat ein jahr pause gemacht aufrufzahlen 1 80 die letzte 30 tage und da gibt es den kanal check the dripper da wurde ich sagen mit dem bin ich inzwischen war in etwa gleich auf von der aufrufzahlen anfang monat war bisher hat ein paar aufrufe mehr geht wie dann haben wir beide peaks drin und jetzt habe ich den etwas überholt hatte aber auch 12.900 abonnenten bringt aber wenn man so sieht auch nicht mehr nicht mehr regelmäßig content dann rush vaping the money auch ein ganz neuer kanal ich bin kein bau von dem man ja auch schon kreuz vorgestellt auf meinem kanal macht jetzt auch viele kann man sagen eigentlich tutorial videos zeigt wie man irgendwas einbauen kann oder so also auch recht interessant aber vorbeischauen aktuell bei 194 abonnenten ist auch noch relativ wenig hat aber aufrufzahlen ja auch noch weit unter 100 also da auf jeden fall auch mal vorbeigucken Kampfpate michael mit 637 abonnenten und aufrufe 912 die letzte 30 tage ist auch arg wenig mit dem haben wir am anfang eigentlich relativ viel gemacht der gründer vom dumpfer chaos club da ist jetzt auch twitch unterwegs videos kommt bei ihm eigentlich auch nicht mehr wirklich viel dann haben wir noch den morpheus morpheus vape society oh den haben die von der videoaufrufe auch schon ganz klar überholt der bringt wohl auch nicht mehr so viel content vor einer woche vor zwei monate vor vier monate gestreamt ja morpheus wenn du das siehst bringt mal wieder content du hast jetzt die letzte 30 tage bei 1380 aufrufe auf jeden fall auch ein kanal wo man definitiv empfehler kann dann mirko mirko s auch ein relativ neuer kanal bringt jetzt auch immer wieder einzelne videos raus wo er dann relativ hoher peak hat mit 799 das ist auf jeden fall auch ein kanal wo er echt empfehler kann wird auch so ein bisschen mehr im comedy stil auf die aktuelle dämpferblase ein und ist immer sehr interessant an zum gucken teambrothers tv glaub da kommt jetzt die letzte zeit auch nur noch livestream da ist gar kein video mehr gekommen die letzte zeit sind auch relativ weit abgeschieden mit der aufrufzahlen bei denen auch schon mal besser gelaufen den vaping for life community neuer kanal der wird glaubt gehostet vom vom dr vape ak cooling agent und da könnt ihr ihm zuschauer videos einschicken und die lehrt ihr dann da hoch also das projekt finde ich eigentlich gar nicht schlecht fällt mir da kommt also auch kann man sagen fast täglich ein video also die letzte 30 tage sind 29 videos rauskommen aufrufzahlen sind inzwischen auch stabil also ist ein kanal relativ kleiner kanal nur 1390 abonnenten hat aber die letzte 30 tage 27.000 aufrufe gehabt kann ich auf jeden fall empfehlen und da könntet ihr auch selber wenn ihr irgendwas habt ein video einreicher und dann wird es auf dem kanal veröffentlicht also das konzept finde ich gut so was haben wir denn jetzt noch einfach toni dv das ist jetzt ein neuer kanal den hat er aufgemacht wo seiner sein kanal ja gehackt war es hat aber dann innerhalb von her wenigen tagen 2860 aufrufe oder abonnenten generiert an einem tag hat er dann fast 4000 aufrufe ketten und auf dem kanal gibt es nur ein video wo er erzählt hat dass es dass ein kanal gehackt war ich also finde ich cool wenn der toni einen neuen kanal aufmacht dann hat er gleich 3000 abonnenten und richtig video aufrufe drauf also in der community allgemein ist er doch sehr beliebt so dann gibt es noch den weiber friends kanal aber das ist eigentlich mehr ein playlisten kanal wo halt die ganze weiber friends sendungen in der playliste dann hinterlegt sind ich habe auf dem kanal ab und zu mal ein stream gemacht und sonst hatte hier auch noch die ankündigung hoch also aufrufzahlen sind auch sehr 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 gering 300 257 aufrufe die letzten 30 tage und dann gibt es einen relativ neuer kanal man sieht jetzt auch hier leider die abonnenten smoke man 1001 aufrufe die letzten 30 tage hat die letzten 30 tage zehn videos hochgeladen insgesamt sind auf dem kanal auch 105 videos und mail mega geil videos müsst ihr selber gucken und ich selber meinung meinung machen so dann haben wir noch den kanal ich rauche nicht das ist vom malz hat den zeiten vornamen vergessen wenn man österreich den haben hier von der aufrufzahlen auch überholt abonnenter abonnenter habe ich tatsächlich mehr wie er und er war irgendwann mal vor mir hat relativ viele hochwertige sache was er vorstellt also auch ein kanal wo man definitiv empfehlen kann dann steam castle ich glaube da kommt auch nicht mehr so viel dampfere leider dass die machen jetzt eher so flocks wenn sie unterwegs sind leider das hoch man sieht auch die von der vorletzte vier flocks sind ja auf jeden fall drei stück angeschaut der letzte der feldmanns noch wollte mir auch noch irgendwann anschauen war aber in der dämpfer auf jeden fall zeit lang relativ bekannt wie die wo denn ero web künder zeller hat auch erst 22 videos hat aber ein paar videos dabei wo echt viele aufrufzahlen hinterher hier hat er könnte sein sein sie morgen natürlich ein bisschen vorgestellt hat da gibt es irgendwo playliste wo er dann auch erklärt wie man was wickelt auf jeden fall auch ein kanal wo es sich empfiehlt mal anzuschauen pivi pivi hatte zeitlang eigentlich recht lustige videos gemacht mit mit neuer verdampfer und hat es halt einfach gezeigt mit musikuntermalung hat dann jetzt seit neun monaten eigentlich nichts mehr gemacht und jetzt sind zwei gaming videos auf dem kanal hochgeladen war aufrufzahlen auch verschwinden gering pivi wenn du das video siehst mach mal wieder was roman dampft da kommt jetzt eigentlich auch die letzte zeit nichts mehr in videos ab und zu lädt er halt von seine seine streams was er gemacht hat auf twitch dann hier hoch frühstück bei roman wenn du da auf twitch aus einfach zocken lädt er sein gameplay hier auch noch hoch und man sieht halt die aufrufzahlen sind sehr gering roman mach du auch mal wieder videos dann wellblech dackel der trischt dann auch sehr wenig aufrufe aber da gibt es halt auch viele videos da kommt eigentlich immer nur die ankündigung für weiber franz und und ab und zu haus oder die weiber franz aber video weiß jetzt gerade ob es denn überhaupt ein video auf dem kanal gibt ich weiß er hat schon mal ein video gemacht der nobel psycho queen und das hier relax also zwei aroma videos ist dann wenn du das video siehst mach bei dir auf der startseite eine eine playliste wo man dann diese videos auch finden können dass die dann praktisch auf der startliste gleich entzeigt werden hier also der tristan der fängt vielleicht irgendwann mal an videos zu machen aktuell host oder halt ab und zu weiber franz denn vaping viking just viking heißt er auf twitch hier auf youtube meine ich auch nichts mehr los letzte video was er hochgeladen hat ist auch vor fünf monate gewesen also youtube ist echt 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 richtig richtig ruhig war wenn man das hier so sieht dann gurus gabaschka ist der raphael eigentlich ähnliches problem hat zwar jetzt auch 1600 abonnenten aber also video technisch ist auf dem kanal halt auch viel los er hat hier jetzt drei videos wo man auf anhieb sieht unter beliebte videos aber dann kommt jetzt schon eine weiber friends live stream also was hier kommt ist auch ein host von der weiber friends und die ankündigungen und videos gibt es leider auf dem kanal auch nicht allzu viel machen wir ein paar videos dann 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 hat inzwischen aus 6770 abonnenten und von der aufrufzahlen ist er sogar noch vor mir also der hat und stand kann man sagen so im schnitt 1500 aufrufe am tag mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger bringt auch relativ regelmäßig content meist regelmäßig eigentlich eher unregelmäßig manchmal bringt er jeden tag ein video dann ist vielleicht auch mal zwei und dann kann es aber sein bringt mal eine woche kein video aber pro monat hat er würde ich sagen mindestens vier videos den cloudcatcher hat inzwischen auch 11900 abonnenten hat auch noch stabile videoaufrufzahlen von 8 900 videoaufrufe pro tag hat auch die letzte 30 tage 25.000 videoaufrufe gehabt aber auch hier auf dem kanal ist vor vier wochen mal ein video hochgeladen war über ein pod system und vor und dann das letzte mal vor vier monate und dann davor vor elf monate also er macht eigentlich hier auf youtube auch nichts mehr hat aber noch konstant videoaufrufe also der youtube algorithmus findet seine videos gut dann kann ich bloß hoffen dass er irgendwann mal dann doch sagt er macht wieder was der kanal in dem kanal serie eigentlich tatsächlich nur potenzial schade dass er eigentlich dass ein nagel hängen möchte dampf dackel dampf dackel sagt mir jetzt nichts neuer kanal 17 auf 17 abonnenten mein altes hobby ja zu dem kanal kann ich jetzt gar nichts sagen fünf monate zehn monate die videos kennengelernt und das sieht auch nicht nach dampfen aus dann der kanal vom saa war vom dampf posse oh da passiert auf youtube auch nicht mehr viel da haben wir auch noch im schnitt 20 20 aufrufe am tag aber du solltest mal wieder videos machen abozahler hatte ein großes jahr ausgeblendet weiß jetzt nicht wie viele abonnenten dass er hat so dann haben wir dann haben wir dann haben wir red viber tv der kanal sagt mir jetzt auch nichts aber da ist auch nichts drauf liquid kings 31.000 abonnenten aber von der videoaufrufe auch bei 100 videos oder 100 videoaufrufe im schnitt pro tag sind jetzt auch viele auf twitch unterwegs youtube wird hier echt auch total vernachlässigt gerade eigentlich dann cupcas flavor der hat jetzt auch mit was neuem angefangen vor zwei tage zwei wochen vier woche der bringt jetzt immer wieder irgendwie so eine anplugte episode finde ich eigentlich gar nicht schlecht da zählt er so ein bisschen hinter den kulissen was sich da gesetzlich für die hersteller von liquids ändert finde ich cool dann panikfee macht jetzt weniger dampfer content jetzt auch auf twitch unterwegs der youtube kanal wo der aufrufe her ist eigentlich auch eingeschlafen und die web es gibt tatsächlich ein paar kanäle das sagt mir gar nichts mehr aber wenn man hier sieht vor einem jahr das letzte mal was hochgeladen war denn dampflein selbst dampflein haben wir von der videoaufrufe überholt weil er weil er halt auch einfach schlichtweg kein content mehr bringt irgendwann hat er das las vegas video in der hochgeladen mit vor zwei monate und ja keine blushofer dass der dampflein auch mal wieder ein bisschen was raus bringt und dampf on out der kanal sagt man tatsächlich auch nix aber auch seit sieben monate nichts mehr hochgeladen war holz dampferecke der kanal sagt man auch nix 21 abonente das letzte video vor einem jahr 3 ja webstuff ok der kanal sagt jetzt auch nix also sie haben viele viele kanäle abonniert wo aber halt auch schon seit langer 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 zeit nichts mehr passiert ist euer dampf flash und der kanal der sagt man zeigt auch nix vaping paule also wir sind jetzt kommen wahrscheinlich viele kleinere kanäle oder alte inaktive kanäle wo ich selber schon gar nicht mehr weiß was das für kanäle werden betreibt aber das jetzt auch schon seit zwei jahre eigentlich nichts mehr hochgeladen war die dampfer sagt mir jetzt eigentlich auch nichts ist das aber auch sechs monate nichts mehr hochgeladen war chaos pipes and more unser johannes hat zwar 421 abonente hat auch noch konstant videoaufrufe von ja 30 40 videos videoaufrufe pro tag aber es kommt einfach kein video er war ja damals pfeifen tabakraucher und vor drei jahre hat er noch braucht da hat er dann sein letztes video hochgeladen aber leider noch kein dampfer video johannes machen wir videos dann vapormark und zwei abonente keine videos ok vaping sunny auf dem kanal ist eine zeitlang tatsächlich was los gewesen vor sieben monaten da hätten sie dann aromareviews gemacht mit dem mit dem damm voll jetzt haben wir aber ich schaue eigentlich irgendwo eingeschlafen gefüllt support your local dealer das ist eigentlich ein aroma wo sie dann hier irgendwo versucht haben zum promoter könnt ihr euch da auch mal angucken heikos dampfe der kanal sagt man jetzt auch nichts vor vier jahre oder vor drei jahre das letzte mal was passiert auf dem kanal blummi tommy vom tommy vom thomas der kanal der hat aber so mal auch seit drei jahren nichts mehr gemacht so jetzt wird es wahrscheinlich ruhrdampf pot der kanal da sagt man jetzt tatsächlich auch nichts ist aber auch vor sieben monaten das letzte mal was hochgeladen war dann die weiber hat hier einen kanal der detlef jetzt aber auch jetzt wirklich viel drauf und dann moin timmy das ist unser nebelkind hat seinen kanal wieder umbenannt und hat alle videos gelöscht alles unsichtbar gemacht keine ahnung ob auf dem kanal noch mal irgendwas passiert DämpferTV 88 abonnenten videoaufrufe 0 und ist jetzt auch seit drei jahre nichts mehr hochgeladen war uncutvape hier ist tatsächlich vor drei wochen was hochgeladen war aber hier zeigt es mir trotzdem videoaufrufe 0 an so sollte eigentlich hier noch mit rein zähler zu dem kanal kann ich leider heute auch viel sagen den kat von g die dort und knackig oder also auch irgendwas mit dem zu das ist ja die kalibern vorgestellt war Der Hall of Vape, da wird natürlich auch nur was los sein, kurz vor der Messe. Dampf do it, oder Dampf do it, da ist jetzt glaube ich auch die letzte Zeit nicht mehr allzu viel passiert, obwohl vor zwei Wochen dann Video hochgeladen und das letzte dann davor vor zwei Monate, hat sogar 2600 Aufrufe, die letzte 30 Tage gehabt, da können drück auch mal wieder was kommen, auf dem Kanal sei eigentlich auch ein paar Potenzial, Vaping Anne, Anni, die hat auch, die war auch sehr oft zum Leistwählen mit einer Dampffolge dabei, hat auch mit Nadine dann Videos ein paar gemacht, aber da ist auch, ja, leider auch eingeschlafen, acht Monate, acht Monate, sieben Monate. Wohle Dampfe kaufen, was ist das vom Kanal, da sagt mir jetzt auch nichts. 614 Abonnenten, Videoaufrufe 713, die letzte 30 Tage. Jetzt auch seit einem Jahr nichts mehr passiert. 714 Abonnenten, aber da passiert auch nichts mehr auf dem Kanal irgendwie. Uploads, letzte vor fünf Monaten. 314 Abonnenten, Videoaufrufe 713, die noch die alte Live Streams, wo Liquid gemischt hat. Vor einem Jahr gestreamt, also man sieht die meiste, die meiste Kanäle, was jetzt noch kommen, die sind tatsächlich leider, 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 leider nicht mehr relevant. Also hier auf YouTube ist es echt ruhig war. Dann hat Vapestreet ein eigener Kanal. Da wird dann wahrscheinlich wieder Content kommen, sobald Messe losgeht. Dann haben wir ein paar Messe-Ausschnitt Videos, die finde ich echt geil, schlecht. Kurz und knackig, etwas länger als eine Minute, finde ich cool. Ule Liquidator, das ist auch ein Kanal, der hat jetzt zwar tatsächlich nur geschafft, 3.000 Aufrufe. Die letzten 30 Tage hat 8.500 Abonnenten, aber auch der Kanal ist ja auch nicht mehr relevant. Der Kanal hat vor neun Monaten das letzte Video hochgeladen. Uh, Dampfer Kev, 8 Abonnenten. Der Kanal, da sagt mir jetzt auch nichts, sind auch keine Videos drauf. Der Kanal sagt mir jetzt auch nichts, einfach nur Steve. Da ist aber auch seit einem Jahr nichts mehr passiert. Dampfer Apotheke, ein Alpen Holger. Und auch 2.150 Abonnenten. Hat sogar nur 600 Videoaufrufe, aber hier ist auch das letzte Mal vor zwei Monaten was hochgeladen war. Ich hoffe mal, dass der Holger Öffner jetzt noch ein Video bringt zum C-Mark, was sich auch den C-Mark gekauft hat. Dann unser Kanal LateNightWaverTalk, haben wir es echt auch geschafft auf 3.339 Abonnenten. Aber der letzte LateNightWaverTalk war vor drei Monaten. Ja, gerade eigentlich. So, kommt jetzt noch irgendwas. David Dampft. Der Kanal, da sagt mir jetzt tatsächlich auch nichts. Da ist aber auch seit einem Jahr nichts mehr passiert. Dampfcast. Sagt mir auch nichts, aber da ist schon seit drei Jahren nichts mehr passiert. Der Dampfer Treffpunkt, seit acht Jahren. Dampferama. Vor sieben Monaten hat er noch eine Ankündigung hochgeladen von den Weiber Funds. Da passiert auch nichts mehr. DampftruidenTV. Da hat er versucht, der Dampftruide einen neuen Kanal aufzumachen. Speziell für Live-Stream. Aber hat es glaub nie umgesetzt. Die Weiße sind Dampfmacher. Auch ein alter Kanal. 33.000 Abonnenten. Kommt tatsächlich sogar noch auf über 5.000 Videoaufrufe im Monat. Aber das letzte Video vor drei Jahren gemacht. Und ich glaub, jetzt... Jetzt dürfte man eigentlich fast durch sein. Da Julius Dampf. Auch ein bekannter YouTuber. Mit 7.380 Abonnenten. Aber auch hier die Videoaufrufe ist halt echt bei unter 100. Hat trotzdem 2700 Aufrufe geschafft. Die letzten 30 Tage. Aber da passiert halt auch nichts mehr. Wann hat denn er sein letztes Video hochgeladen? Vor drei Monaten, drei Monate, vier Monate. Inaktiv. Dieser Kanal ist nicht vorhanden. Vape High. Das sagt mir jetzt auch nichts. Big Daddy Vapes. Auf sieben Monate. Das letzte Mal war es hochgeladen. Das ist kein Dampfer Kanal. Cityvape TV. Oh, Aufrufe auf 0. Auch seit neun Monaten. Nix mehr hochgeladen. Dampfsport Dozo. Auch 3.800 Abonnenten. Aufrufzahler. Natürlich auch verschwindend gering. Aber hier kommt auch nur... Hier wird nur die Livestreams ab und zu mal hochgeladen. Wie der Smartinhalt gerade mal Lust hat. Die von Twitch auf YouTube zum Exportieren. Dann Lady Vapes. Hat es geschafft auch. 2420 Abonnenten. Aufrufzahle sind auch nicht mehr relevant. Das letzte Video hat sie hochgeladen vor acht Monaten. Jetzt auch ab und zu auf Twitch unterwegs. Und heißt auf Twitch Naschkatzen TV. Also kommt denn jetzt der Vape Garden. Das ist jetzt sogar noch ein relativ aktiver Kanal. 1730 Abonnenten. Hat 17.000 Aufrufe jetzt erreicht. Die letzten 30 Tage. Und wenn der mal ein Video bringt am Tag. Dann bringt er nicht nur eins. Das sind dann immer zwei oder drei Videos. Und dann kann es mal wieder ein paar Tage Pause. Und dann kommt das Ganze. Vaping Pranky. 44 Abonnenten. Da ist natürlich auch nichts mehr drauf. Dampo Chaos Club. Ja. Das ist jetzt auch schon länger. Keine Leistung mehr drauf gewesen. Aber seit einem Monat. Keine Leistung mehr gemacht. Da war ich noch dabei. Und da haben wir es eigentlich besprochen. Da sind halt viele von uns aus dem Dampfer Chaos Club rausgegangen. Da war ja auch mit drin. Ich bin noch mit drin. Aber ich habe gesagt, die kommen dann bloß nur dazu. Wenn ich Zeit im Duscht habe. VSDD. Der Dampfer Tag. Ja. Da muss ich auch mal fahren. Ein Kanal auch vom Dampftrui, der sowieso aussieht. Aber da passiert auch nichts. Vapun. Die haben auf jeden Fall einen Online Blog. Der wird glaube sogar noch regelmäßig geführt. Aber hier auf YouTube machen die auch nichts mehr. Dampfer Mädels. Wieso sagt mir der Kanal Dampfer Mädels nichts? Okay. Vier Jahre. Nichts mehr passiert auf dem Kanal. Und dann der Coyotes. Der hat jetzt irgendwann mit einem Broadcast angefangen. In Video Format. Hat ein paar Live Streams gemacht. Aber auch seit drei Monaten nichts mehr passiert. Thomas van Ohlen. Ich glaube, der hat ein neuer Kanal aufgemacht. Der Thomas van Ohlen hat einen relativ großen Kanal Kett. Hat den dann gelöscht. Wenn er irgendwie... Der heizt so viel quer ist. Jetzt hat er wieder ein neuer Kanal angefangen. Aber hat natürlich... Wenig Aufrufe. Aber da wurde die Sager. Thomas van Ohlen. Suchet mal nach dem Kanal. Lasset ihm ein Abo da. Die Dampfer Meile sagt mir jetzt eigentlich auch nichts. Wobei auf dem Kanal vor kurzem da ist irgendwie so eine Demo oder was das auch war. Die haben ihn mir teilweise angeschaut. Ich kann jetzt leider auch jetzt viel Zager zu dem Kanal. Die haben jetzt den eigentlich nicht wirklich verfolgt. Der van der Zart. Richtig, richtig schade, dass der eigentlich sich auch mehr oder weniger zurückzogen hat von YouTube. Warte mal gucken, wenn er sein letztes Video... Video gemacht hat. Ist jetzt auch auf 1.400 Aufrufe pro Monat runtergefallen. Hat aber 6.830 Abonnenten noch. Letzte Video vor 10 Monate. Ja, da hat er zeitlang Presseschredder gemacht. Aber er erklärt halt Sucralose. Dann erklärt er Nikotin und die Auswirkungen. Und ein sehr guter Kanal auf jeden Fall. Also sind viele alte Videos drauf, wo es sich lohnt anzuschauen. Dampferchaoten. Sagt mir jetzt auch nichts der Kanal. Aber da ist jetzt auch vor 2 Jahren oder seit 2 Jahren nichts mehr passiert. Denn unsere Viona. Unsere Österreicherin. Hat es echt in kürzester Zeit geschafft. Auf über 5000 Abonnenten. Aber auch der Kanal. Da passiert auch nichts mehr. Ein Jahr rauchfrei. Und das ist ein Jahr her. Gerade. Dann Westi. Der ist jetzt eigentlich auch mehr auf Twitch unterwegs. Wird jetzt hier natürlich auch komplett YouTube vernachlässigt. Das ist auch seit einem Jahr nichts mehr passiert. Dampft. Dementsprechend auch keine Videoaufrufe mehr. Dampftv. Sagt mir jetzt eigentlich auch nichts. 3000 Abonnenten. Videoaufrufe. Tatsächlich nur 1800. Aber auch 2 Jahre nichts mehr hochgeladen. Dampfkraft. Sagt mir jetzt auch nichts. Hat aber tatsächlich 4000 Aufrufe im Monat. Ist aber seit 3 Jahren nichts mehr hochgeladen. Sagt mir jetzt auch nichts weiter. Dampftv. Und von Michael ist es auch 116 Abonnenten. 1,3 K Videoaufrufe. Aber da kommt halt jetzt letzte Zeit auch relativ viel Lost Place. Dampferstation 118. Abonnenten Videoaufrufe sehr gering, aber das ist on-air. Das ist ein reiner Livestream-Kanal. Dampfernerds. Wartet seit langem auch recht erfolgreich. Wir haben 2400 Abonnenten und Videoaufrufe sind sie, oder haben sie noch 4000 Videoaufrufe erreicht. Aber das ist jetzt, ja, vor 3-4 Wochen ist tatsächlich noch was los gewesen auf dem Kanal. Seitdem auch wieder eher nichts mehr. Vino Vape Dampferblog. Der Kanal, da sagt mir jetzt echt auch nichts. Obwohl da vor 3 Wochen noch was hochgeladen war und ich hab da sogar ein Video angeschaut davon. Ja, ja, also es gibt viele, 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 wirklich sehr viele Dampferkanäle, aber nicht mehr viele, wo tatsächlich noch was passiert. Der Dampferbär. Kein Video. Dampferpilot. 14 Abonnenten. Das letzte Video vor sieben Jahren. Okay. Choice Vape Zone. Schade. Ein Österreicher, wo er eigentlich immer lustige Videos gemacht hat, aber der hatte seit über einem Jahr auch nichts mehr hochgeladen. Hat er aber trotzdem noch im Schnitt über 2000 Aufrufe im Monat, obwohl er kein Video hochlädt. Lustiger Kanal. Warum der nichts mehr macht, ich weiß es nicht. Ich find's echt schade. Den Vapor2Live, der Sascha. Videoaufrufe, letzte 30 Tage, eins. Okay. Ja. Ist eigentlich auch nur auf Twitch unterwegs und die haben ihn auf Twitch kennengelernt. Den Abpapst, der Michael. 2.800 Videoaufrufe, letzte 30 Tage und der hat eigentlich ein Video gemacht zur Lost Vape Centaurus. Also er macht ab und zu Videos, aber wirklich sehr sehr selten. Ja. Jango 69. Boah, er ist auch abgekollt auf 520 Videoaufrufe im Monat, 1590 Abonnenten. Vor einem Monat hat er nur zwei Videos gemacht. Vor zwei Monaten, dann vor drei Monaten also. Auch sehr den Kanal vernachlässigt. So, sehen wir jetzt eigentlich den Riccardo. Riccardo Vibes, aber da ist glaube ich auch seit vor fünf Monaten das letzte Mal was hochgeladen. Da kommt eigentlich, wenn was kommt, dann nur noch irgendeine Shopperöffnung. Die haben da aber am Anfang echt auch Videos gemacht, wo sie so die Sekrette erklärt haben, wie was funktioniert. An den ganzen Anfang tatsächlich öfters mal angeschaut, wo ich damals angefangen habe. Free Vape, der Kanal sagt mir jetzt auch nichts. Aber auch seit einem Jahr nichts mehr hochgeladen war er. Vape Dampferfreunde weltweit. 190 Abonnenten, aber aushält man ja nichts mehr hochgeladen. Dann in Steam, der Manuel. Oh, der hat sogar minus 32.000 Aufrufe. Hat wohl auch ein paar Videos gelöscht. Mal der Manuel ist ein Österreicher und der hat es in Österreich inzwischen selbstständig gemacht. Hat jetzt einen Dampfer Shop aufgemacht und macht jetzt keine Videos mehr. weil er als Betreiber von der Shop glaubt in Österreich keine Werbung für sich. Im Prinzip macht er davon, da das ausgelegt war er könnte, wenn er irgendwas vorstellt. Dann macht er jetzt auf jeden Fall keine Videos mehr. Und irgendwo, in irgendeinem Video hat er das erklärt. Und ich glaub, das war immer Flock von ich rauche nicht. Dampfer Community sagt mir jetzt auch nichts. Das ist jetzt auch seit einem Monat nichts mehr hochgeladen war. Aber da kann ja ich tatsächlich jetzt nicht viel dazu sagen. Über der Kanal, da sagt mir jetzt nichts. Hat trotzdem 1,52 Videoaufrufe. Die letzte 30 Tage Kett. Dampfer Tutorial. Hat seinen Kanal echt richtig groß gemacht. Hat inzwischen 9.400 Abonnenten. Aber Videoaufruf technisch passiert auch nicht mehr allzu viel. Hat aber trotzdem noch 12.000 Videoaufrufe die letzten 30 Tage Kett. Hat jetzt aber auch seit einem Monat nichts mehr hochgeladen. Vapeman. Der hat irgendwann, war der mit mir in Kontakt. Da hat er gesagt, der hat jetzt ganz neu angefangen. Und er hat neu angefangen und im Prinzip auch gleich wieder aufgehört. Schade eigentlich. Also Vapeman, wenn du das Video siehst, mach mal wieder was. Du bist ja auch Zuschauer von mir. Dampfer Auron. Wie moin auf dem Kanal. Müsst es eigentlich Videos gäbe? Aber scheinbar doch etwas. Dann Liquid Dampfer. Das bin ich selber. Ein zweiter Kanal von mir. Betritt wird 5 Kanal. was soll man da ja dann hat die abend zu irgendwas hoch zum kugel ob das ob das und youtube ob da irgendwie die urheber rechts oder irgendein problem kommt aber den kanal haben jetzt sage ich nie groß promotet also wie die aufrufe 81 letzte 20 tage abonnenten 25 also der kanal ist eigentlich auch nicht relevant können aber kann man danach suche liquid dampfer unten ab oder lassen im web tv neun abonnenten seit einem jahr nichts mehr hochgeladen war dampfer podcast kanal nicht vorhanden dampfers point wenn kanal nicht vorhanden war muss ich auf einen anderen kanal und wieder zurück dass der mehr die aufrufe anzeigt hat tatsächlich nur 2600 aufrufe letzte 30 tage erreicht hat 7.740 abonnenten aber das letzte video ist hochgeladen war vor sieben monate da könnte ruhig auch mal wieder was kommen dampfer stube 1570 abonnenten video aufrufe 4000 und letzte video hochgeladen vor jetzt kommt es vor zwei jahren dampfer stube will der kanal der sagt man tatsächlich auch nichts der kanal sagt mir auch nix dampfer monteur richtig 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 schade dass da nichts mehr kommt er hat jetzt zwar echt nur 5000 aufrufe 5.780 aufrufe die letzte 30 tage generieren können hat auch sein letztes video formel jahr hochgeladen so wie wenn er das video sie macht mal wieder was aber gibt mal generelle lebenszeichen von dir dampf schmankerl tv ich glaube das ist ein relativ neuer kanal die streamet aber ich bin mir jetzt nicht sicher aber ich glaube die sind da inzwischen auf twitch abgewandert dann der pixel dämon auf twitch abgewandert hier auf youtube er hat echt 23.000 abonnenten hat jetzt letzte 30 tage 6490 aufrufe generiert und das letzte video ist hochgeladen war vor drei monate hat er eigentlich eine neue serie angefangen so eine flug serie fand es mega interessant leider kommt jetzt nichts mehr richtig richtig schade pixel wenn du das siehst und nachlässig doch youtube mit so es gibt nicht nur twitch so jetzt muss ich echt gucken ob es irgendwas gibt wo man tatsächlich mit der kanal sagt mir jetzt vaping bastards sagt mir jetzt eigentlich auch nix aussieht mehr jahr nichts mehr hochgeladen war die dampferecke letzte video vor zehn monate und wenn man halt immer hier anguckt also da zähle ich jetzt mit meinem kanal tatsächlich inzwischen echt zu einer der größten aktuellen dampf youtuber die echt nie nie erwartet mal ich selber bin ja eigentlich auch irgendwo auf twitch abgewandert aber ich habe jetzt die youtube deswegen nicht vernachlässigt da kommt bei mir tatsächlich wenn es funktioniert mindestens ein video pro tag manchmal 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 sogar sechs aber mindestens ein video in der woche dampf ohne krampf wann hatten der sein letztes video hochgeladen das ist bestimmt auch schon weile her er hat zwar echt nur 8000 video aufrufe 8500 video aufrufe der letzte 30 tage kett aber ich glaube der hat sein letztes video der vor sieben monate hochgeladen er ist meines wissens sehr aktiv auf instagram leider nicht mehr hier auf auf youtube der dinge mechmut dampfer der kanal sagt man es auch nix h quatsch h quatsch das original der helge minus minus 8 minus 15.000 aufrufe sieht irgendwie gerade so aus dass man wollen könnte hat auch viele videos gespürt liquid himmel 93.800 abonnenten eigentlich kann man sagen der zweitgrößte dampferkanal deutschsprachig kommt nach dem steamshot hat tatsächlich jetzt vor einem monat mal wieder ein video hochgeladen und das hat auch echt dann gleich 40.000 aufrufe gekriegt also gerade dass da eigentlich nicht mehr allzu viel kommt weil eine koryphäe würde ich jetzt einfach mal sagen hat aber für das dass er so lange nichts mehr gemacht hat echt immer noch 44.000 video aufrufe im schnitt pro monat finde ich cool der kanal der zackt mir jetzt auch gar nichts hat jetzt aber auch null aufrufe oh der hat mich sogar abonniert das finde ich cool die dumpferbros den kanal direkt von eroltec ja genau hier war hier sind die videos drauf wo dann wo man dann sieht wie man das simo entwickelt kann wie man umbaut da der dampferband der hat jetzt auch seit fünf monaten nichts mehr hochgeladen dampfbob seit mal jahr nichts mehr dampfgeflüster gabi ist das glaubt da ist jetzt auf diesem kanal gibt es keine inhalte hat alles gelöscht was auf dem kanal war dampfers at work 1590 abonente aber außerhalb man ja nichts mehr passiert hier dann der jürgen sommer 1430 abonente die aufrufzahlen sind jetzt auch so sehr in den keller gegangen auch schon lang 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 dabei von dem haben wir früher ganz viele angeschaut wann hat denn der sein letztes video hochgeladen auch drei wochen jürgen sommer kann er doch mal danach so richtet dem mal grüße aus das soll mal wieder was machen dampfer community wirsten sagt mir jetzt eigentlich auch nix aber 38 abonente und seit einem jahr nichts mehr passiert dampfer online stammtisch und das war mein eigener kanal den hat den hat tatsächlich youtube mir klöscht dann tom clarks 3900 video aufrufe die letzten 30 tage 3200 abonente aber da kommt auch sehr 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 wenig mal der aussage immer nur wenn jetzt irgendein neues liquid wenn man da was rausbringt dann hat er so beschreibung oder erklärung macht er als video wo gibt es denn gibt es denn jetzt noch mal irgendein dampfer kanal wo wir uns anschauen könnte dampf bei dir 1520 abonente was halt die hände zeitlang so kurze videos hochgeladen mit kürzer erklärung aber dass jetzt seit zwei monaten auch nichts mehr passiert wie die aufrufe sind sehr sehr zurückgänger und die da dann verdienter 2380 abonente und ist auch nichts mehr los auf dem kanal letzte video vor sechs monate mutter beide fische die sind auf twitch unterwegs und jetzt wohl auch seit drei monate den stream nicht mehr auch hier auf youtube hochgeladen auch nicht mehr relevant der kanal wohl doch die ströme haben zu vor einem monat vor drei monate vor sieben monate also ab und zu kommt ein stream am 8 8 also da ist tatsächlich jetzt am samstag ein stream geplant gibt es keine videos ja ich glaub mir sind jetzt tatsächlich durch mit denen mit denen kanäle wo irgendwo relevant sind oh web devil der web devil hat minus 130.000 aufrufe also sieht so aus wie wenn er ganz 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 viele videos gelöscht hätte oh sind das noch neun videos auf dem kanal web devil hat tatsächlich alles mögliche gelöscht war der eigentlich dann für kumpel 129 abonente keine aufrufe fünf jahre letzte upload aber ich würde sagen ja doch minchas jasmin jasmin ist noch relevant weil die hat sogar noch mehr aufrufe wie wir haben gleich viel 37.000 37.600 an i und 37.100 hat die jasmin jasmin hat aber 39.300 abonente und die hat ca 4000 abonente aber vor 12 stunden vor einem tag vor einer woche vor einer woche vor einem monat also sieht so aus wie wenn sie jetzt so langsam wieder auf youtube zurückkommt so der kleine dampfer null aufrufe letzte 30 tage kommt auch nichts mehr und das ist ja der kanalbetreiber von web to live oder von auch 4l hat tatsächlich 1000 aufrufe noch hat aber auch schon seit längerem kein video mehr hochgeladen Uploads vor einem jahr ich glaube jetzt haben wir es echt geschafft ich sehe jetzt hier ich glaube nichts mehr sonst Dampferstube können wir uns noch angucken aber der hat auch schon länger nichts mehr gemacht 81 abonente videos hat er alle alle gelöscht oder nicht sichtbar gemacht den steamschatz haben wir uns ja vorher schon mal angeschaut der hat tatsächlich um einiges mehr aufrufe wie nein da habe ich mehr aufrufe aber das ist sein alter kanal steamschatz und der neue kanal steamschatz tv aber sein alter kanal hat auch noch über 30.000 auf abonente nicole die diamond die diamond hat irgendwann hier mal wieder ein video hochgeladen hat gesagt sie macht wieder was denn das ist auch schon wieder auch schon wieder sieben monate her die machen wir wieder was die hat dann zwar auf twitch angefangen ab und zu zum streamen aber auf twitch ist sie auch nicht mehr ich habe keine ahnung was die die jetzt macht dampf ag dampf ag der alex war bei uns war im dampfer chaos club dabei und irgendwann mal erzählt dass er jetzt aufhören will mit youtube dass er noch ein letztes video macht aber das letzte video ist noch nicht da martin 4.670 abonente 615 video aufrufe und seit mir ja auch nichts mehr passiert und meyer das ist ein kanal den solltet ihr auf jeden fall alle abonniere sehr gute videos wo halt um das ist ein professor dr barnd meyer der hat halt einfach einen plan von dem was er spricht hat relativ neu den kanal aufgemacht ich glaube das dürfte zu jahr her sei aber mit der video aufrufe liege auch weit vor dem obwohl er 15.000 abonnenten hat aber ich glaube jetzt haben wir wirklich dann alle durch dampf unter palmen den gucken wir uns noch an unser krieger da ist jetzt natürlich auch schon lange kein video mehr kommen zehn monate vor drei monate hat er die ankündigung hochgeladen dass da dass da ein live stream gemacht wird aber expromiser v4 war sein letztes video vor zehn monate ich hoffe du machst auch mal wieder irgendwas und ich glaub ich glaub wir sind durch sehr 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 langes video war ein eine stunde und 20 minuten ja aber so händler zu finden war mag sehr wenn ihr hier alles abonniert haben dann wie die aufruf zahlen inzwischen von meinem kanal sind im vergleich zu andere dampf youtube also die zeile mein kanal jetzt tatsächlich so von der aufruf zahlen her ich bin jetzt echt ganz ganz weit vorne mit dabei hätte jetzt eigentlich echt nie gewartet weil sind halt echt viele aufgehört mit youtube und irgendwie schade eigentlich schade gut wenn euch das xxxxxxxxxxxxl video gefallen hat dann lasst mir einen daumen da wir seht uns dann tatsächlich im nächsten video dann wieder mit bild bis dahin ciao ciao